Ich habe mich ja vorher schon gewünscht. Ich bin ein ganz großer Amateur, aber ich hoffe, es gefällt trotzdem. Ich auch. Verbandskasten, wo steht der? Äh, irgendwo. Oh ja, der schon steht da, passt. Amateur? Ich bin aber dabei. Ich habe gar keinen Fan noch. Ich habe ja noch. Ich habe trotzdem keinen Fan. Ich bin warm, Papa. Kann ich klatschen mit dir? Ich kann auch nicht klatschen mit, wenn sie... Die anderen für uns mitklatschen. Ich sehe das ziemlich oft. Ja, fast jeden Tag. Mama? Mama? Ist das schon warm? Das stimmt. Ja, völlig warm, ne? Ich glaube, den Bass hier, den ist da vorne noch wärmer. Mhm. Ich auch. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch. Boah. Mama? Ich glaube, ich habe das falsch. Einmal Fokuhila, bitte. Alles falsch. Alles falsch rum. Ist das falsch? Boah. Wah. Du darfst die Fackel halten, mein Bruderherz. Halt sie so, dass es nicht in sein Gesicht geht. Moment, Ball zwei oder auf? Ich hoffe, das hast du drauf. Ja, hat er. Ja, hat er. Mama, ich schaffte es jetzt nicht. Ach, das ist nicht schlimm. Gedreht kriege ich das immer noch. Gut. Ich bin warm. Du wohnst ja nicht kurz. Oh mein Gott. Ich habe mir schon gesagt, danach gibt es kein Küchen mehr. Das Zeug ist so ekelig. Das Gesicht war mein Bruder. Jenny! 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 Ja, das ist ein perfektes Timing. Ja, ich gehe schnell hin. Ja. Weg, verschwunden. Scheiße. Warum immer ich? Der Kind geht erst mal zum Onkel. Feuer kann man nicht nur spucken. Feuer kann man nämlich auch einfach. Äh, okay. Feuer kann aber auch behaupten, wenn... Ja, in dem Themenbereich habe ich das Kind noch nicht gemacht. Da haben wir andere Profis geführt. Ja, okay. Check, Jenny! Ich will auch brennen. Ja, ich will auch brennen. Sebi traut den Braten. Du bist ziemlich gute Deko. Hat der hier gefeuert. Wie wär's hier? Ich steh auf Erde. Erde. Okay, ich halt schon. Erde. Erzähl dich. Dürf. Ja genau, das heißt. Definitiv hat Nackt und Schütter. Dann können wir... Unten hat kein Schal an. Das können wir er das anbauen. Anke Januka. Du hast doch Erfahrung mit Feuer. Du hast doch Erfahrung mit Feuer. Miri ist da. Miri ist auch mitgekommen. Ja, hab ich nicht gesehen im Feuer. Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber jetzt seh ich sie gerade. Kannst du weiter aufnehmen oder ich? Was? Möchtest du weiter aufnehmen? Ich kann auch ruhig aufnehmen, Schatz. Ich nehm auf. Du hast was irgendwann vorhin gesagt. Ja, das ist doch nicht was. Ja, leider hört man jetzt die Musik nicht dazu. Sonst würde es, glaub ich, noch ein bisschen fettvoller sein. Ja, bitte. Ja, dann kriegt er los. Ja. 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 Ich kann mal weg. Soll ich die Kurzhafrisur. Ne, die Kurzhafrisur finde ich nicht so geil. Verstehe ich nicht. Hast du schon mal ausprobiert? Ja. Mama, Jan, möchte ich jetzt weiter aufnehmen. Vollkommen. in Ordnung. Du willst gleich mal das Körperfeuer ausprobieren, ne? Hast du ein Feuer noch? Ich würde mich auch gerne anzünden lassen. Da ist nichts gegen. Warum nicht? Leiden ist toll. Was mit der Verwandtschaft? Ich muss doch. Darum Policino. Ich will nichts sagen, auf dem Video sieht es schon mal geil aus. Das sieht auch in live geil aus. Das ist cool, wenn man so etwas live sehen kann ohne Kamera. Ja, die Kamera ist für schlecht dafür, eindeutig. Wenn ich jetzt mit rutschigen Fingern nachfallen lassen. Uiuiui. Dann kann ich mich hier in der Familie nie wieder blicken lassen. Das sieht aus der Brettenkasse aus. Das sieht aus der Brettenkasse aus. Zwei. Ja, man kann doch Feuer anfassen ohne, dass so man Schmerzen hat. Das sieht aus der Brettenkasse aus. Das sieht aus der Brettenkasse aus. Das sieht aus der Brettenkasse aus. Das ist ein Feuer. Oh ja. Ich wollte sagen, das kennt er. Das hat aber Sylvester bei uns schon gemacht. Ich guck sie an. Das sieht aus der Brettenkasse aus der Brettenkasse aus. Das sieht aus. Ja. Das sieht aus. Das ein Feuer. Ich bin nicht schön. Das ist ein kleines Erreign. Ich bin nicht so schön. Ja, oft zu lügen, das ist Alkohol. So, ist meine Frau? Nein, die ist gar nicht da. Nimm deine Schwägerin in die Schwägerin. Ich hab keine Ahnung davon. Ja, super. Und dann willst du mir das überlassen. Danke. Auspusten, Lore, ne? Ja, klar. Ja, das Auspusten muss man gleich machen, weil sonst schmilzt das Plastik. Ja, dann puste mal. Wobei, ich geh einfach einmal die Reihe lang und wer ausgepustet kriegt, hat gewonnen. Also Leute, anstellen zum Blasen. Ja, ich glaub, ich würd schnell gehen. Schnell genug? Also das mach ich erst seit zwei Tagen. Ja, super! Nein, ich hab keinen Flammsteher. Nein. Ja, die Mutter von Paaren, der Kleid, der in Flamm steht. Ja, so ist das nicht. Ja, so ist das nicht. Ja, so ist das nicht. Das möchte ich gegeneinander stehen. Ich hab nur Polo-Sat. Kannst aber nicht absetzen. Bis jetzt haben die meisten sowas überlebt. Die meisten? Die meisten. Neu-Deutschen ständig. Ja, richtig. So ungefähr. Über den reden wir einfach nicht. Nee, nee, das ist gut. Für die kam der Feuerlöscher zu spät. Der ist nur Deko. Ich finde dich völlig legitim. Bringt nix, wenn der Feuerwehr mal brennt. Ich habe Rettungsanitäter, bringen wir auch nix, wenn ich brenne. Hallo, du hast eine Feuerwehrfrau dabei. Und meine Mutter ist Ersthelfer. Also irgendwie kriegen wir das schon hin. Ich kann treten, wenn einer auf dem Boden liegt. Austreten, ja? Ey, ich brauche den noch. Lass den doch noch heilen. Oh, warum denn? Oh, Mann, oh, Spielfall. Wenn ich den von mitbringe, dann möchte ich den auch heilen wieder mitnehmen. Richard, wollte das mit der Bratpfanne machen? Dann geht das schneller. Dumm, 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 dumm. Lose, wozu geht das Katzen aus? Da kannst du alles reparieren. Ja, super. Oh, das ist kaputt. 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 Nö, nö, lass mal. Hier sind noch genug andere rum. Soll ich mal Zigarette und Bier vielleicht abnehmen? Ja. Das wäre so eine Idee, wa? Ich habe mir sagen lassen, das schmeckt nicht. Aber brennt. Aber schmeckt nicht. Aber brennt. Aber brennt. Das ist die Frage, was will da alles anzünden, ne? Ja. Nee. Family Guy. Und dann machst du solche Bewegungen, weil sonst fängt dann deine Fosse an zu brennen. Also, da tut's richtig weh. Und du kannst ein bisschen an einer Handvoller aussteigen, ne? Ja, weil der aufmacht. Nee, jetzt nicht. Hände ausstrecken. Jetzt musst du ein bisschen bewegen. Genau. Weil sonst wird's irgendwann heiß. So. Nix kommt nix, Junge. Bei den Frauen kommt immer gut. Ja, da. Da und da. Was? Ich kenn dich nicht. 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 Ja, du kannst ja mal versuchen, sich die Haare zu schlafen. Ich kenn dich nicht. Ja. Du bist ja für mal. Ich kenn dich nicht. Juhu! Nee, meins.